Willkommen mal wieder zu einem weiteren Video von einem Adventkalender. Das ist die Nummerbuch-Guide von meinem Adventkalender, den ich euch zeige. Und ich finde das sehr schön, weil das auch ein schokoladen Adventkalender ist mit vielen Türen. Wir werden den mal innen öffnen. Und ich werde ihn dann auch in den Müll schmeißen. Ich habe ihn nicht nur noch so lange da behalten, bis ich das Video dann mache. Und wo? Ah, wir öffnen das dann hier mal. So, dass ihr mal innen liegt. Das sind die 24 Türen. Das kann ich natürlich vielleicht noch behalten. Und da rein dann irgendwann noch Schokolade rein tun. Und dann schmeckt das alles sehr lecker. Hm. Hier, ähm, ja, der Adventkalender sieht eben auch nicht mehr schön aus. Aber da habe ich mich auch sehr gefreut, dass, äh, von einem Kollegen von mir, ähm, von SWB, ähm, Vertrieb, Bremerhaven, GmbH, und Co., ja, in Bremen ist der Adventkalender. Noch so ein Teil davon, ja, ähm, eigentlich alles, wie ein Adventkalender ist. Und damit werde ich von meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.